Ein neues Gewand für den 1. FC Nürnberg. Das neue Heimtrikot wird am Samstag beim Heimspiel gegen Werder Bremen in der Öffentlichkeit vorgestellt. Club TV war bei den Dreharbeiten des Werbespots von Adidas mit dabei. Per Nilsson, Hiroshi Kiyotake und Alexander Esswein sind die Darsteller. Den Spielern wird das Konzept des Werbespots erklärt. Und dann geht es auch eigentlich schon los. Pelle ist ein echter Schauspiel-Naturtalent und bekommt gleich die Hauptrolle. Essie und Kiyo müssen sich das neue Trikot erst noch verdienen. Jede Szene wird mehrmals aus verschiedenen Perspektiven gedreht. Eine ganz ungewohnte und neue Situation für die Spieler. Als es zu Übungen mit dem Ball kommt, wird es schon einfacher. Insgesamt machen aber alle drei ihren Job richtig gut. Ein Spaß, Jungs, schau mal. Ich hab natürlich für alle was dabei. Schau, nehmt nochmal das. Das fertige Resultat gibt es vor dem Spiel gegen Bremen im Stadion zu sehen. Und jetzt schon auf Club TV. Und dann nochmal kurz einzeln machen wir das Einzeln. Hey Jungs, schau mal was ich dabei hab. Unsere neue Heimtrikot. Ne, 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 ne. Erst müsst ihr euch das verdienen. Wir machen erst die Latte-Competition da drüben. Kommt. Hey, 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 hey. Gut, Kio. Danke. Glückwunsch, Kio. Es passt, Jungs. Ihr habt natürlich für alle was dabei. Wow, cool. Bitte, neue Heimtrikot. Boah, lass uns gleich mal anziehen. Okay. Aber komm, auf geht's. Komm. Komm.